Wusste schon einmal jemand deiner Snapchat-Kontakte ganz genau, wo du dich gerade aufhältst und du weißt nicht genau warum? Wenn dir so etwas schon mal passiert ist, dann schau dir unbedingt dieses Video an, denn wir zeigen dir jetzt die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen bei Snapchat. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu kommen, wähle zunächst oben links den kleinen Kreis mit deinem Bitmoji aus. Nun gelangst du in dein Profil. Über das Zahnrad oben rechts kommst du in die Einstellungen. Scrolle ein wenig nach unten, bis du zum Menüpunkt Datenschutzkontrolle gelangst. Unter mich kontaktieren kannst du auswählen, wer dir Nachrichten schreiben darf. Du hast die Auswahl zwischen jeder, Freunde und Kontakte und Freunde. Freunde sind Personen, die du auf Snapchat geädelt hast. Zu deinen Kontakten zählen alle Personen, deren Nummer du auf deinem Smartphone eingespeichert hast. Wähle einer dieser beiden Optionen aus, denn sonst kann dich jeder, also auch Fremde kontaktieren. Das kann auf Snapchat leider oft schief gehen. Gut, dass du dich in diesen Einstellungen davor schützen kannst. Zudem kannst du auswählen, ob nur du oder auch deine Freunde deinen Bitmoji-Avatar benutzen dürfen und wer deine Stories ansehen darf. Unter Benutzer definiert kannst du dabei gezielt Personen aus deinen Snapchat-Kontakten auswählen. Unter mich unter Vorschläge finden kannst du per Haken auswählen, ob du in den Freundschaftsvorschlägen anderer Personen auftauchen möchtest, die beispielsweise die gleichen Freunde haben wie du. Und nun zum vielleicht wichtigsten Punkt, meinen Standort anzeigen. Wir würden dir empfehlen, hier den Geister-Modus auszuwählen. Andernfalls können deine Snapchat-Freunde mithilfe der Snap-Map jederzeit nachvollziehen, wo genau auf der Welt du dich gerade aufhältst. Zudem solltest du wissen, dass es auch vollkommen Fremden über die Snap-Map möglich ist, deine Stories anzusehen und darüber deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Nämlich dann, wenn du deine Story mit der Snap-Map verknüpfst. Dann kann man auch auf dein Profil gelangen und dich gegebenenfalls anschreiben, wenn du das nicht deaktiviert hast. Überlege dir also gut, welche bzw. ob du überhaupt Inhalte über die Snap-Map teilst. Wenn du dennoch möchtest, dass enge Freunde von dir deinen Standort sehen können, solltest du das im Unterpunkt nur diese Freunde auswählen. Öffne doch gleich mal die App und nehme die wichtigsten Einstellungen jetzt vor. Und dann kann man auch auf die Snap-Map-Map-Map-Map-Map-Map.